Am meisten hat mich beeindruckt und beeindruckt mich immer von Neuem, wie hier Wunder geschehen, aber Wunder wachsen. Ja, mein Name ist Linda, ich bin hier mit der Berufungspastoral in der Schweiz. Berufung bezieht sich für mich auch nicht nur auf den Glauben. Also zum Beispiel mein Studium ist auch eine Berufung für mich, auch wenn es im ersten Sinne nichts mit Kirche zu tun hat. Aber einfach zu wissen und darauf zu vertrauen, dass Gott mir immer dabei oder an der Seite steht und mir den Weg weist. Hier gibt es Gemeinschaft, hier gibt es Gott. Ja, wie ausreichend das einfach ist für die Heilung eines Menschen. Man darf einfach da sein und jeder ist sofort Teil der Familie und das ist total besonders. Ich glaube, dass Gott in jeden von uns Talente und Stärken hineingelegt hat und ich glaube, dass diese Talente ein direkter Wegweiser sind für das, wo Gott dich und mich haben will. Und ich glaube, es ist manchmal gar nicht so kompliziert, wie wir denken. Einfach auf sein Herz und auf sein Bauchgefühl hören, sich von nicht zu vielen Dingen ablenken lassen. Und auch einfach mal sein Leben zu hinterfragen, wo habe ich schon meine Berufung vielleicht erfahren oder wo hatte ich einen Moment mit Gott und wo vielleicht noch nicht. Und einfach darauf zu vertrauen und zu hoffen, dass diese Momente auch noch kommen werden.